Das ist geil inszeniert. Alter, die hat eine Stimme, als würde die 50 Jahre Dauer qualmen. Das ist nur sie, was hast du nie vergessen? Das ist nur sie, was hast du nie vergessen. Ich bringe Verstärkung, geil. Jonah, Planänderung. Ich bringe Verstärkung. Was? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich auch. Commander, siehst Kontakt zu Croft. Sie ist bei den Jags hier. Siehst was? Lass dich nicht abbringen. Scheintet sie aus. Sie sind überall. Wir brauchen Verstärkung. Jetzt! Schicke Verstärkung zurück. Scheiße! Scheiße! Hier zehnt der Team. Hoher Rad in Position. Halten die Stellung. Wiederhole. Hoher Rad ist sicher. Hier ist Commander. Wir haben den Hoher Rad ist hier, um unserem Link persönlich zu begleiten. Wir werden die Stellung um jeden Preis halten. Wir werden die Stellung um jeden Preis halten. Hier! Hier ist dear Gott. Oder sind wir ganz klar? Nein! Da ihr will. Ist das jetzt hier? Also, auf meiner Seite finde ich die gar nicht mal so schlecht, die Typen. Danke, Kukulkan, für dieses Geschenk der Erneuerung. Wir sind dafür bereit. Lass uns deine Macht empfangen. Die gehören zu dir? Das Ritual muss von mir abgeschlossen werden. Sie haben falsch gewählt. Völlig falsch! Nein, es war schon immer ihr Recht. Her mit der Schatulle. Nein, nein, niemals. Ich muss Paiditi beschützen. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Nicht nur du, sondern wir alle als Einheit. Einzinnig bis zum Ende. Angel! Hier ist Commander Rogue. Alle verbleibenden Einheiten, halten! Sie sind durch den Turm! Alle Einheiten, zu den engsten... Du Delfensohn, meine Herren! Lass den Feind nicht durch! Um jeden Preis aufhalten! Das Ritual ist fast abgekossen! Hier spricht Rogue. Nach Abschluss des Rituals werdet ihr alle geholfen. Wir alle... Du hältst uns nicht auf, Rogue! Wir sind alle hier! Du wirst hier sterben! Du wirst hier sterben! Dominic! Dieser relativitale Akademiker! Sie ist weg! Du weißt! Du beherrschst Trinity alles! Ich komme nicht durch. Das ist jetzt nur das Ziel. Ich muss hier entscheiden. Ich muss hier entscheiden. Ich muss hier entscheiden. Ich muss hier entscheiden. Du weißt! Du weißt! Du weißt! Du weißt! Wir müssen einfach hinterlegt! Wir müssen einfach hinterlegt! Wir müssen den Feind von Kärbel sind. Der Englade! Der Englade! Der Englade! Der Englade! Da, er will sie! War klar, dass du das schaffst. Ach, die will nur knuddeln. Ach, die will nur kuscheln. Oh, die ist so dosig. Rogue ist tot. Ich folge Dominguez, um das Ritual zu stoppen. Wir halten die anderen so lange wie möglich auf. Zwei Fertigkeitspunkte. Liste der Krähe brauche ich eigentlich alles gar nicht mehr, weil ich eigentlich sehr... glücklich mit meiner Sk... Ach komm, hebe ich auf, drauf geschissen. Weiter geht's. Ich glaube auch nicht, dass es hier großartig... was gibt. Ich glaube, jetzt geht es hier nur noch strikt weiter. Finde ich aber cool. Also, die haben hier echt zu schaffen gemacht. Finde ich cool, dass die jetzt auf unserer Seite sind. Ach so, ich muss da hoch. Scheiße. Bin ich einmal zu viel gesprungen. Aller, da va. Aller, da va. Komm an der Ruf, wir brauchen Befehle. Oh, ist auch so. Was? Und mehr hat anders Sagen? Rückzug! Alle Einheiten! Rückzug! Was ist mit der Stellung? Es gibt keine Stellung! Alles in Tod! Mehr noch kein sollte verschwinden! Alter, was? Trinity geht jetzt aber ganz schön den Glatteck... Ganz schön Arsch auf Glatteis, weil jetzt die Jungs alle kaputt sind. Eigentlich ganz cool, dass die mal ordentlich einen... von Latz geknallt kriegen, die Jungs. Das bricht doch gleich. Und jetzt wird hier auch noch mal alles abverlangt. Alter, Mädchen! Das ist übrigens gefühlt der Arbeitsweg, von der Himmel zu ihrer Arbeitsstelle. Mach die locker. Alter, das ist eine Sonnenfinsternis. Nicht mehr, nicht weniger. Die Macht vom Ku-Kul-Kan. Die Macht vom Ku-Kul-Kan. Ich weiß, ich muss die Dinger irgendwie kaputt machen. Ich weiß, ich muss die Dinger wegnehmen. 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 Ja, damit kann ich was bewirken. Das bedeutet, ich ziehe die Dinger jetzt so langsam die Macht ab. Ich weiß, ich muss die Dinger wegnehmen. Ich weiß, ich muss die Dinger wegnehmen. Ich weiß, ich muss die Dinger wegnehmen. Ja, ja, von mir aus. Alter, Mist-Sau. Geiler Kampf. Ich will die Baller ruhig, die Beier weg. Ich will die Baller ruhig, die Beier weg, die Beier weg, die Beier weg, die Beier weg. Was zum... Wieso? Oh, war das mies. Fick doch die Henne. Arroganz. Ich kann nicht nur flüge, die Beier weg. Jeff! Ahahahahahahaha! Alter, ich leuchte fast genauso wie du. Okay. Ich werde ein Gott beschießen. Dich auf jeden Fall. Du bist kein Gott. Du bist ein kleiner Lunge. Oh nein! Es tut mir leid. Muss es nicht. Schütze, Haiditi. Bitte. Bitte, Lara. Das werde ich. Ich würde ja noch mal zum Schluss in die Pelle treten, die Penner. What? What? Bitte, what? Jetzt ist die Lara allmächtig. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten. Den König überlisten? Ob der König da so einfach mitspielt? Ihr Lieben, könnt ihr nicht mal eine Sekunde stillhalten? Jawohl, weiße Königin. Eins. Aha, das ist die Mutter von der Lara. Darf ich mal sehen? Klar. Da bist du, da bin ich, da Dead. Wo sind wir? Hawaii. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche. Gewalt. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Tapferes Mädchen. Das nicht damit rechnet, dass ein Jaguar sie angreift. Schön. Das nicht damit rechnet, dass wir das Abenteuer erleben. Ich habe gehört, die Antarktis soll zu dieser Jahreszeit wunderschön sein. Dad. Was nicht? Dann erforschen wir vielleicht die Salzseen von Duna. Mann, Richard. Ich weiß, wo wir hinfahren. Ach ja? Hawaii. Hawaii. Oh ja, das wäre bestimmt sehr schön. In diesem Fall musst du mir aber bei den Recherchen zur Vorbereitung unserer Reise helfen, Lara. Nein. Du bist mein Assistent. Oh ja, das stimmt wohl. Tut mir leid, Ma'am. Das hatte ich ganz vergessen. Ich verlasse, dass man mich ins Museum führt. Schön. Gut, ich schätze, das lässt sich einrichten. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott kommen. Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Muss ich die Alte jetzt opfern? Nee, muss ich nicht. Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Ah. Hey, grüß dich, Justin. Ich liebe diese Welt, sie. Ist nicht perfekt. Kam recht spät. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Nach diesem Tag ist die Sonnenpinster nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Dass die Chefin von den Bösen... Schütze bei Diti. Bitte. Bitte, Lara. Das werde ich. ...und es ist jetzt unsere Verbündete. Ixchel und Chakchel. Besiegen Pupulkan. Während der Sonnenfinstern ist. Zwei Tage später. Also die hat also den Gott in sich aufgenommen und der andere musste den opfern. Ja, die Trulla war ungefähr die Chefin von den Kreaturen, die uns eine Zeit lang in Klammern gejagt haben. Aber irgendwie hat die Lara mit denen eine Verbindung geschlossen und so weiter und so fort. Nun wird ihr Geist uns dabei helfen, Paititi zu vereinen. Ich muss doch da bestimmt schon Tage rumpimmeln. Vielen Dank. Ich weiß ja nicht, wie lange der Verwesungsprozess von Leichen ist, aber... Irgendwie... Ich fahre morgen nach Kuwak-Yaku zurück. Wirklich? Vermisst du den Dschungel? Oder willst du den mysteriösen Fischbaum suchen? Abby und ich fahren einige Tage an die Küste. Wie schön. Ich wusste, dass es bei den beiden knistert. Ich denke, ich werde noch eine Weile hierbleiben. Und stellst du noch mehr Artefakte wieder her? Also, was machst du? Ich weiß noch nicht. Edsley wird mich ein bisschen beraten. Er wird mir schon sagen, was Paititi für den Wiederaufbau benötigt. Wow. Ich will nicht länger suchen. Ich will Zeit mit Menschen verbringen. Okay. Solltest du nicht packen oder sowas? Nein, bis morgen hast du mich an der Backe. Du kannst bleiben, solange du willst, Lara. Gute Reise, Jonah. Wenn hier alles wieder aufgebaut ist, komme ich vielleicht nach und lerne mehr über die Welt fernab von hier. Klar, immer gern. Sag einfach Bescheid. Du auch, Uchu. Wenn er es will. Also, Jonah. Lara hat gesagt, du hast eine Freundin? Äh... Wir kommen alle zur Hochzeit. Was? Moment mal. Edsley, zeig mir doch mal die Pläne für den neuen Tempest. Ja, der wird wunderschön. Geil! Ja, das war Shadow of the Tomb Raider. Nice. Sehr schön. Jetzt machen wir mal kurz die Webcam aus für den Abspann. Wow, war schon cool. Für unser Freund und College. Okay. Ganz viele Namen. Was? Ist schon sehr geil. Ich lasse die... Ich könnte jetzt noch mal ein bisschen ablaufen. Ähm... Hat jetzt sich ein bisschen in die Länge gezogen. Aber... Ein schönes Spiel. Also, an sich sehr geil. Ja. Ähm... Natürlich, was mich so ein bisschen... Hier so ein bisschen stört, ist, dass wir im Bereich... Ähm... Dingsbums, wie heißt's? Dass wir... Na... Dass wir diese... Diese Paititi-Stadt... Dass die ein... Ist zwar schön, dass sie ein sehr starkes Zentrum einnimmt. Aber vielleicht ein bisschen zu viel. Ähm... Vielleicht sollte das auch so sein oder so. Naja... Auf jeden Fall... Ähm... War es ein sehr, sehr geiles Spiel. Das haben wir jetzt auch fertig. Das ist sehr, sehr cool. Ähm... Ich finde es immer noch schade, warum ich aus irgendeinem Grund heute jetzt... Den Stream nicht mit aufnehmen konnte. Vielleicht liegt auch einfach daran, dass meine Grafikkarte zu ausgereizt ist. Ähm... Ich glaube, Shadow of the Tomb Raider streamen und aufnehmen zeitgleich ist dann doch zu viel. Ähm... War... An sich ein cooles Game. Ähm... Wie gesagt, morgen kann ich mir den Stream von Twitch eh nochmal runterziehen. Dann schneide ich die mit zusammen. Ganz viele Seniorenartisten. Und... Ähm... Dann kann ich eigentlich mit dem Dingsbums beginnen. Mit dem Schneiden und allem drum und dran. Ähm... Ich hab's jetzt auch übersprungen, weil für den Stream ist es doch ein bisschen blöd. Ansonsten... Ich lag völlig falsch. Guck mal nochmal. Ich dachte, um mein Leben zu kontrollieren, müsste ich etwas Ungewöhnliches tun. Ich dachte, ich müsste alles in Ordnung bringen. Also das hat echt Spaß gemacht. Aber die Geheimnisse der Welt muss man genießen. Das muss man sagen. Ich bin nur eine von vielen, die versucht, sie zu wahren. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird, Jonah. Aber welches Abenteuer mich auch erwartet. Ich freue mich drauf. Ich werde versuchen, mich selbst nicht so ernst zu nehmen. Das ist aber schon ganz schön am Zittern. Der Diener. Im Moment ist es einfach nur schön, zu Hause zu sein. Ach, schön. Wunderbar. Ah, das war mein Genick. So, Black Screen. Hallo? Wo nun? Ah, Ladebildschirm. Okay. Und dann? Puh, 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 Puh. Puh, 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 Puh. Puh, 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 Puh. Puh, 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 Puh. Puh, 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 Puh. Vielen Dank.